Grüß euch, ich werde jetzt gleich auf diesen Balkon rausmarschieren mit dem Hase im Arm und einer schönen Flasche Krim-Sekt und dann werden wir uns das Mega-Feuerwerk angucken, die Marktüberge sind völlig bekloppt, seit zwei Tagen wird er draußen geböllert, als wäre schon Silvester, ich bin gespannt, wie es gleich abgeht, also wir gucken dann mal, euch allen wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gesund drüben an, mit den Leuten, die euch lieb sind, feiert, was ihr könnt, man weiß nicht, was das neue Jahr bringt, ich hoffe euch und für alle anderen Menschen auf der Welt nur Gutes, Also wir gehen Feuerwerk gucken, bis dann, haut rein! Also wir gehen, wir gehen dann zusammen bei der Tempel thirst und ziehen wir vor, wir reden dann gleich auf uns ja aus WDR mediagroup GmbH-4 Schuss, Schuss! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.